Ich habe hier an der wunderschönen A22 bei der Abfahrt Stocker-Rau-Ost einen Socker-Golfplatz gefunden. Ein richtiges Juwel. Hier kann man nämlich Minigolf spielen und Fußball in einem. Und nachdem ich beides irrsinnig liebe, werde ich das jetzt ausprobieren. An der Tafel sieht man die ganze Strecke und zwar stehen wir hier. Hier gibt es einen Reifen, hier ist eine Sandbank und da ist das Ziel. Paar gibt die Zahl der möglichen Versuche an. Alles drüber ist ein Pluspunkt, alles drunter ist ein Minuspunkt. Gut. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich jetzt durchtreffe. Dann hört ihr ein ganz romantisches Surren im Hintergrund. Das kommt glaube ich vom Strommast. Ich hüpfe mit dem Ball zwischen den Hüsten und er wird dann genau da reingehen. Ich spüre es. Nein! Möge der heilige Strommast mir helfen. Paar 3. 18. Loch. Ich werde es nicht mit drei Schüssen schaffen, aber vielleicht mit zwei. Nein! Jetzt geht sich das aus. Ja. So, einzicken, hupfen und los. Ja, fast! Andere Methode. Eine super Abwechslung zum Minigolf und als Großstädter hat man hier eigentlich alles, was man so braucht. Ein bisschen idyllische Landschaft, Feinstaub von der Autobahn, ein bisschen Elektrosmog. Und Spaß macht es auch. Also ich würde hier schon einen Nachmittagsausflug verbringen. Wir sehen uns in der Regel, die ganze Zeit auf dem Hidekosflug machen, aber auch wenn Sie in der Mitte realisieren. Dann sind wir in der Mitte noch da. Wir sind die Einstimmun. Wir haben dann noch ein bisschen mehr Zeit im Hintergrund. Wir sehen uns auf der Mitte das Einschränkchen. Und nicht die Zeit, dass wir sie nicht mit dem Zeitpunkt haben. Wir sehen uns in der Mitte. Vielen Dank, dass wir uns vor uns all die Zeit sind. Wir sehen uns nach.